Ein Maßband. Schriftliche Prüfung. Dann lieber Call of Duty. Ehrgeiz. Ehrgeizig. Ehrgeiz. Ehrgeiz. Schon ehrgeizig, ja. Also ich will auch echt was erreichen. An der Maschine schrauben, wie zum Beispiel Artikelwechsel. Auslandspraktikum. Die Mitarbeit mit meinen Kollegen. Auf jeden Fall die Größe von Saatex. Mündliche. Lieber schriftlich. Mündliche. Ich würde auf jeden Fall die schriftliche Prüfung nehmen. Schriftliche Prüfung. Schriftlich. Weil ich mich halt mit jedem verstehe und ich mich hier auch wohlfühle. Ich habe eigentlich auch Spaß an der Arbeit. Man lernt auf jeden Fall täglich was Neues. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Vor allem für mich als Industriekaufmann gehe ich durch die ganzen Bereiche der Verwaltung. Du wirst hier nicht unter Druck gestellt sozusagen. Wenn ein Meister zu dir kommt, sagt er, er lege die Aufgabe. Er kommt, du hast es nicht geschafft. Macht er dir keinen Druck. Sagt, okay, nächstes Mal schaffst du es besser oder schneller. Das ist nicht zu können. das ist dann ein Meister. Es wird nicht in Futter zulos. wissen Sie nicht. was denn gerade